Hier haben Sie 50.000. Für Sie. 50.000? Das ist zu wenig. Der Laden ist riesig. Das sind nur 10% vom Vorvertrag. Wir waren uns einig vor 5 Minuten. Ja, vor 5 Minuten. Das ist eine lange Zeit. Hallo? Raphael, entschuldige die Späterstörung, aber es gibt ein Problem. Sein Neffe ist ein Vormund. Vorsicht, die Bassen kenne ich. Die wirken sympathisch, sind aber nicht ohne. Siehst du, Gaëtan, auch das ist Frankreich. Na, die ist aber flott. Und die wird auch flott wieder verschwinden. Wo hast du das Geld hingetan, hä? Ich hab's vergessen. Wie viel wollen Sie für Ihren Laden? Er ist unverkäuflich. Niemals unterschreibe ich den Vichier. Oh, Ihr Onkel hat 100.000 Euro bekommen. Mach dich hübsch und geh mit dem mexikanischen Sänger in ein hübsches Restaurant. Soll ich auch noch mit ihm schlafen? Oh, pardon. Ist das Ihr Praktikant? Ja, 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 mein Praktikant. Hier, die sind für Sie. Die sind bequemer. Sind Sie jetzt Franzose oder Spanier? Ich bin Baska. Verkaufen Sie mich nicht für doof. Ich lass mich von Ihnen nicht veräppeln. Ich hab sieben Jahre studiert und war Jahrgangsbeste. Und ich komm aus dem Knast, also nerven Sie mich nicht. Nicht schlecht für eine Pariserin.